Ich geh' rüber zu den Jungs und geh' mit ihnen nochmal die Details durch. Sobolyeth, wenn das hier vorüber ist, will ich meinen Jungen sehen, verstanden? Noch was. Da unten soll's ziemlich heftig sein. Pass also auf deinen Arsch auf. Höre ich da eine gewisse Sympathie? Bieter! Männer, das dort unten wird kein Spaziergang. Die Organisation weiß wahrscheinlich längst, dass wir kommen. Ich erwarte von jedem 100 Prozent. Also heizen wir denen dort ordentlich ein. Headphone, Kommunikation und los! Die Omon-Männer unter Oberst Sobolyev und Agent Miguel del Canto zogen die Nachtsichtgeräte über ihre Augen und kletterten durch den schmalen Schacht. Die Schächte waren bereits vor mehr als 50 Jahren aufgegeben worden. Die Gleise waren verrostet. Lüftungsrohre von der Decke heruntergestürzt. Wasserrohre geborsten. Durch die mit Ziegeln gemauerten Decken tröpfelte noch ständig Wasser. Der Verfall hatte im Laufe der Zeit groteske Formen angenommen. Und dann war dort dieser Wind. Er wehte klagend durch die verlassenen Durchbrüche die einsamen Gänge und Schächte. Sein Geheul war allgegenwärtig. Verfall wurde im Laufe der Zeit geschlossen.